Herzlich Willkommen in einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wir sind jetzt momentan in Essen mit meiner Freundin. Wir waren gerade bei Secondhand. Wir haben uns ein paar Sachen geholt. Was wir uns geholt haben, zeigen wir euch später, also wie wir zu Hause angekommen sind. Ja, wir sind halt jetzt in Essen. Nachdem wir nach Essen gekommen sind, sind wir direkt zur Secondhand gelaufen, weil der schläft um 17 Uhr. Und jetzt haben wir schon 15 Uhr? Halb drei. Halb drei. Okay, jetzt sind wir hier bei Yvonnek, hier neben Yvonnek, so ein Gebäude da. Ja, und dann laufen wir weiter, treffen gleich uns mit meinem Bruder, weil der jetzt auch hier ist, essen. Ja, und dann nehmen wir was für die auch, ne? Schatze. Okay, meine Freunde, wir sind mit dem E-Scooter rumgefahren und wir fahren jetzt glaube ich nach Hause, weil wir waren lange unterwegs. Ja, so sieht das aus. Jetzt will ich euch zeigen, was ich mir geholt habe. Bei Secondhand. Wir waren auch bei Secondhand bei so einem Laden in Essen. Also so ein Lonsdale Lonsdale. Ich kenne auch bestimmt viele. Oder wenn jemand das nicht kennt, echt richtig, richtig, richtig geile Marke. Boxermarke. Hier habe ich noch Bayern. So eine Regenjacke, sagen wir mal so. Gold. So eine Bayern Regenjacke, aber die will ich weiterverkaufen. Und die Hosen. Ähm, das waren in Adidas Hosen. Warte mal, ich will das mal zeigen. Ja, die sehen so aus. Hier haben die so einen Streifen. Und das sind ganz normale Adidas Hosen, die ihr eigentlich kennt. Die, ne? Und das hat 15, 15 Euro gekostet. 15, 15 Euro. Beide Hosen. Ähm, dann sind das schon 30 Euro. Hier habe ich 65 Euro. Also ich habe 35 Euro dafür bezahlt. Ja, hier habe ich noch was gekauft. Also, ja, ich habe schon ein bisschen was bezahlt. Und hier so einen Ring habe ich noch mit mir geholt. Silberring. Ja. Und das nehme ich erst nach zwei Tagen für euch auf. Ich habe einfach vergessen, das aufzunehmen. Ja, ich habe einfach verpeilt. Sorry, Leute. Ja. Und danke nochmal, dass ihr meinen Vlog euch angeschaut habt. Und ich werde euch jetzt versprechen, dass ich, dass ich jede Woche einen Vlog für euch aufnehmen werde und dazu ein externes Video. So ein geiles Video. So ein geiles Video.